Er liebt seine Arbeit, packt gerne an und ist immer für einen Plausch zu haben. Doch den Menschen hier im Trierer Sozialkaufhaus zu helfen, das wird für Bernd Zunker immer schwieriger. Mein Traum war, das hier zu machen, bis ich in die Rente gehe und dann irgendwas an jemand anderes übergeben zu können, dass es weitergeht. Das ist ja nichts, was einem gehört. Das muss man pflegen und das wird immer schwieriger. Und da habe ich Angst, dass ich den Kampf irgendwann verlieren werde. Das Sozialkaufhaus der Trierer Nothilfe ist seit fast 40 Jahren eine Institution in der Stadt. Es ist die letzte soziale Einrichtung mit vollem Sortiment. Egal ob gespendete Klamotten, Möbel oder Fernseher, hier kann jeder für kleines Geld fündig werden. Oder selbst etwas vorbeibringen. Das sind mittelalterliche Romane. Ja. Und da bringe ich nach und nach, bringe ich noch welche vorbei. Gut, da bringen sie die vorbei. Schön nach und nach, gell, nicht alle auf einmal. Ja, 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 ja. Alles klar, gut. Okay, danke. Dann machen wir mal. Merci für den Anruf, ciao. Tschüss. Das ist normales Geschäft. Und wer selbst nicht kommen kann, bekommt von Bernd Zunker und seinen Mitarbeitern Besuch. Wir haben eine Frau gehabt, die ist todkrank gewesen mit zwei Kindern. Die hat Krebs und die muss dann, die Spülmaschine ist kaputt. Die muss den Bedarfsprüfer kommen lassen, beim Amt einen Antrag stellen, das dauert vier bis sechs Wochen. So, die Frau ist mitten in der Chemo, was willst du da machen? Da fahren wir hin und bauen die ein und fahren wieder, ohne dass da ein Wort darüber verloren wird. Unterstützt wird Zunker dabei auch von Menschen wie Dimitri Albert. Er musste hier tausend Sozialstunden leisten, ist danach freiwillig geblieben, auch um gegen seine Alkoholsucht zu kämpfen. Die Arbeit gibt ihm Kraft und Halt in seinem Leben. Ich komme jeden Morgen hin und habe jeden Tag Spaß. Die Kollegen sind super. Nach und nach konnte ich mich da durch diese Struktur wirklich bessern. Damit umgehen. Das hilft mir auf jeden Fall, wahrscheinlich den Sprung auch noch mal ins normale Arbeitsleben zu kriegen. Das Sozialkaufhaus kann also ein Sprungbrett zurück in ein geregeltes Leben sein. Dabei kämpft es selbst ums Überleben. Es mangelt an Geldspenden, der Umsatz ist zurückgegangen, es kommen weniger Kunden. Aber für die wäre es fatal, wenn das Kaufhaus schließen müsste. Ich komme seit 20 Jahren hierhin, früher auch mit meinen Kindern, weil hier gibt es also Sachen, die nicht so teuer sind. Und ich komme zweimal am Tag hierhin. Dann ist das diese Herzlichkeit. Die Leute sehen mich, man begrüßt einen, man sagt Hallo, herzlich willkommen. Sie freuen sich, sie lächeln einen an. Und das bekommt man halt heute leider schon ein bisschen weniger. Und es ist eine wichtige Anlaufstelle, jetzt nicht nur was Konsum angeht, sondern auch was Kontakte angeht. Für viele Menschen in Trier. Also es ist wichtig, dass so ein Ort auch erhalten bleibt. Für Bernd Zunker eine schwierige Situation. Denn früher konnte die Nothilfe mit ihren Einnahmen sogar auch andere unterstützen. Wir können uns gerade so über Wasser halten, aber wir können nicht spenden oder so. Wir können nichts machen und nur den Laden erhalten. Wir müssen ja da füllen, wofür wir da sind. Dafür braucht es noch mehr Freiwillige, die mit anpacken. Zunker wünscht sich vor allem viele junge, helfende Hände. Dass das Kaufhaus seine Türen schließen muss, will er auf jeden Fall verhindern. Ich kann das nicht beschreiben, weil ich das einfach noch nie musste oder mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Das ist einfach nur, ich kann ohne das hier, kann nur will ich nicht. Das heißt, das muss auf jeden Fall irgendwie weitergehen? Ja, definitiv. Ich renne da von Pontius bis zu Pilatus, wie man so schön sagt, wenn es sein muss. Denn für Bernd Zunker ist es wichtig, dass sie hier noch lange gemeinsam für die Menschen da sein können. Das ist Farmland verloren. Denn für Sie ist die da, dass wir uns schon alletime, die Menschen, die Leute da die Menschen da haben, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen da sind, oder die Menschen, die Menschen, die man immer wiedergeb oughtn riche gateícioert haben. Du sagtvol Bitte schön, dass sie oder die Menschen kann sich, gibt es nicht nur noch lange, daszuagte, habe ich einen weiteren благge- fixioxus. Untertitelung des ZDF, 2020